Hallo, mein Name ist Katrin vom VITES, Gesundheitsmagazin. Ich möchte euch über die einzigartigen Eigenschaften der Sandelholz-Heilpflanze berichten. Sandelholz wird seit Jahrhunderten in religiösen und spirituellen Zeremonien verwendet, aber erst in jüngster Zeit ist es in das Blickfeld von Gesundheitsenthusiasten geraten. Heute wird es als natürliches Heilmittel zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen und Entzündungen bis hin zu Hautkrankheiten, hohem Cholesterinspiegel, Sodbrennen und vielem mehr eingesetzt. Im Folgenden werden wir die feilseitigen medizinischen Eigenschaften des Sandelholzes erforschen und zeigen, wie sie heute für ein besseres körperliches, emotionales und geistiges Wohlbefinden eingesetzt werden können.